Bayern testet gegen Man Utd in Neuer Arena Der FC Bayern hat einen weiteren prominenten Testspielgegner vor der neuen Saison gefunden, Manchester Utd kommt in die Münchner Arena, die dann ein neues Gesicht haben wird. Am 5. August um 20.15 Uhr steigt das Testspiel gegen Jos-Murin-Haus-Mannschaft, die die abgelaufene Premier-Lagü-Spielzeit als Vizemeister beendet hatte. Bernds neuer Trainer Niko Kovac feiert dabei sein Heimdebüt in der Arena, die nach dem Auszug von 1860 München gerade optisch umgestaltet wird. Die Ticketpreise für das Spiel gegen Man Utd reichen von 5 Euro für einen ermäßigten Stehplatz bis 50 Euro in der Top-Kategorie. Rund um die Party wird ein Fanfest mit vielen Attraktionen stattfinden, teilte der FC Bayern mit. Schon im Juli trifft der deutsche Rekordmeister auf Paris-Estee. Germain, 21.7, Klagenfurt, Juventus-Turin, 26.7, Philadelphia, sowie Manchester City, 28.7, Miami.